Hey Leute, hier sind die willkommener und da bin ich von DeepBuddyzzocken und heute gibt es eine neue Folge SkyMars, die SkyMars Kit Serie geht natürlich weiter und zwar haben wir heute das Spider Kit am Start, was verdammt nützlich ist auf so kleinen Maps, weil ihr wisst ja, Spinnnetze reinstellen, ihr könnt nicht runtergeschlagen werden Und ja, Benni, was hast du noch für das Zeug? Ich habe ein dir Schwer für dich, aufs erstes Mal, dann hier ist noch ein bisschen Rüstung drin Okay, nice, nice, nice Warte, ich gebe dir mal das restliche Zeug, was ich noch habe Sehr gute Rüstung war da drinnen Ja gut, Lederrüstung Die ballert, die ballert Besser als nix Man hat natürlich auch noch einen Vergiftungstrank und zwei Schnelligkeitsdränke Hast du Holz? Ja Dann gib rüber Gib still Wir gönnen dir Weil, dann mache ich uns kurz die Rüstung Könnten wir ja gepauchen, oder? Oh, shit Ja Also, warte, baue ich ja gar nicht Oh, shit, 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 shit Also, warte noch, mit dem rüberbauen, oder baue dich nur ein wenig rüber Ja, ich baue mich nur ein wenig rüber Oh, okay, wie viele Dias gibt es hier auf der Insel auch? Wie viele gibt es hier? Ich habe schon acht Stück Okay, perfekt Wollen wir uns eine Anni auch gleich machen? Weil wir haben sie ja Ja, auf jeden Fall Ich baue hier kurz eine Barriere hinter Die Kollegen wollen hier anscheinend kommen Ist halt auch geil Weil ihr Spinnnetze Habt ihr Und es gibt aber halt ein Angler-Tit Wo eine Angel dabei ist Was? Ja, guck, ja Er ist einfach gestorben Er ist gequittet Nein, der hat es nicht gequittet Ich schwör, der war mitten im Bauen Er ist einfach da angegangen Hä, der ist gequittet Der kann doch selbst nicht gequittet sein Der muss irgendwie anders gequittet sein Keiner Hab ich wahr? Der war mitten im Bauen Der hat gesneakt, gebaut Und war instant weg Ohne dass der irgendwas gemacht hat Ja, der ist gequittet, Boy Abgehoben von ihm So, warte Ich mach mir noch eine Dier-Hose Obwohl, ich mach dir einen Dier-Brust-Panzer Oh Gott, da kommen zwei Da kommen zwei Da, Dier-Brust-Panzer Oh Gott Sneak, 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 sneak Einfach sneak Warte Oh, der fällt runter, der Boy Warte, Dier-Brust-Panzer Ja Ich hab einen Goldapfel Die veranstalten da einfach ein Massenfekt für uns Die kommen, die kommen, die kommen Nee, warte, da ist noch einer Das macht ein Unfall Warte, hier unten ist, glaube ich, noch ein Keiner, ja, der ist hier unten Der brennt Okay Oh Gott Der hat ein Sharp 1 Schwert, pass auf Der ist jetzt ein Spenweben, der macht nichts mehr Was hat der jetzt gemacht? Der ist ein Spenweben festgehängt Der ist ein Spenweben festgehängt Schärfer 1 Rückstoß hatte der Lol Was ist denn los bei ihm? Okay, ja, rüstungsmäßig läuft's auf jeden Fall schon Kann ich mich nicht beschweren Ich leben nicht mehr so viele Was? Ich lebe nur mit zwei anderen Was ist denn das für die Hä? Die sind alle bei uns gestorben Ich weiß nicht, was da los war Ja 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 Was ist los? Was war denn das für eine Runde? Wir haben weder Vergiftungsdrank noch Schnelligkeitstank verwendet Doch Vergiftungsdrank habe ich geworfen und Schnelligkeitstank auch Achso, okay Ich bin sehr seltsam 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 Ich habe gleich keine Blöcke mehr Egal, du bist gleich drüben Uhhh Warte, ich bau lieber Ich mach safety Warte, da drüben ist der nächste Komm mit Ja, wie gesagt, ich habe keine Blöcke Du bist ja fast keiner mehr War ich Jolo Komm schon, bitte Er hat auf jeden Fall gutes Zeug Okay Oh Gott, pfff Wann war knapp Wo ist er? Da ist er Geben wir runter Warte, ich könnte einen Vergiftungsdrank runterwerfen Ja, wirf Warte, wo ist er denn? Seh nicht Lass runter, lass runter, komm Wo ist er? Er ist unten rein Hä? Er ist unten rein Ich schwör Ne, hä? Ich schwör, er ist weg Was ganz Tierzeug liegt da rum Was hat er gemacht? Ist er wieder ausgelockt? Ne, der ist noch da Wo? Wo, wo, wo? Hey, der war doch gerade noch da Ich schwör, ich hab grad Full Tier aufgesandt Ich versteh's nicht Was? Hä? Was ist das für eine Runde, Mann? Hä? Ich bin immer sowas von verwirrt Ich schwör, er ist wieder gequittet Ich baue jetzt einfach Tier Wo nix da steht Er ist einfach gequittet Der ist nicht gequittet Hast du einen Kompass? Ich hab einen Kompass Komm mal runter zu mir Doch, er ist da Er ist Er steckt sich hoch Wo, 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 wo? Ich komme Ich bin vergiftet Ich hab ihn Ich komm zu Godfrey Ich weiß nicht, wo der war Aber er war eben hier Ja Oh, Schärfe Ja Ich hoffe, jetzt kommt der andere nicht Ich bin halt One Hit, halbes Herz Ja Sneaky, Sneaky Hm Da ist noch ein Tier hin Den gönne ich mir Ja Ich bin Full Tier Ich hab kein Spinnnetz bis jetzt verwendet Was ist das für eine Runde? Ich auch nicht Nein 64 Stück hab ich noch Der ist da oben Okay Ja, dann lass ihn in die Mitte bauen Würde ich sagen Der gibt's schon wegen Mitte? Nee Abgehoben In der Pelle haben wir auch keine, oder? Achtung, der hat safe Schneebälle Warte, ich hab Wasser mich platziert ihn dann einfach mal hinter dir Er wirft, er wirft, er wirft Ja, safe, easy Mach da nichts Achtung, er wirft wieder Er brennt, er wirft Nice Er brennt Wasser, Wasser, Wasser Ist es da? Kommst du rein? Ich hoffe, nee Abgehoben Was war das für ein Move? Bist du selbst runtergelaufen? Ja Alles klar Was ist für eine Runde? Gott Hey Mann Soll ich dir jetzt noch klatschen? Er soll aufhören mit sein Scheiße Ja, wirf noch mehr, du Bastard Krass aus mit den Leuten Jetzt ist er runter Er will wieder werfen Er hat noch Schneebälle Ey, so ein Bastardsohn Verschieß doch alles, Digga Wie das aussieht Wenn ich dich erwische, Mann Warte, kann ich da rüberspringen? Schaff ich das? Nee, schaffst du nicht Oh Gott Oh Gott Was schafft der Boss nicht? 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 Er hat eine Enderperle Oh Wo? Sie landet Er hat sogar einen Heldrank noch geworfen Und da hinten WTF Fliegt halt nochmal? Oh Gott Digga Mach keine Faxen Jetzt ist er aber tot Hat er noch eine Enderperle? Nee, hat er nicht Oh Gott Was war das für eine Runde? Richtig crazy einfach Ich würde sagen, wir gönnen uns einfach noch eine Runde mit dem Kit Und wir sehen uns dann gleich in der zweiten So Leute, weiter gehts Neue Runde, neues Glück Vielleicht hilft uns das Spinn Kit Diesmal mehr Vorige Runde hat er nicht so krass gekarriert, zeig ich jetzt mal Hast du Eisen? Ja, ich habe sechs Eisen Gib mal Gib mal Gib mal Hast du schon eine Waffe? Jedenfall einen Helm Hast du Holz? Nee Fauen wir kurz ab Du hast auch keins Nee Warte So, dann wirf mal das Eisen rüber Ich habe ein Schwert für dich Ich habe das Eisen schon in seinen Tal geworfen Perfekt Dann mache ich mir einen Brustpanzer kurz Du hast schon eine Werkbank Alles klar Hast du Blöcke? Ähm Ja, habe ich Perfekt, dann baue ich mal rüber Ich habe halt nichts an Rüstung Oder warte, gib mir Nee, 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 nee Nicht in die Richtung Nicht, 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 nicht Die ist gut Komm, warte Sonst baue ich rüber Ja, reicht schon Mach das Boah Schreck mich, Mann Was denn? Weil du da runter bist Ich gucke in die Mitte Ich glaube, der gönnt sich da gerade das ganze Zeug Oh Gott Man ist so schnell mit nem Schnelligkeit dran Schnell rüber da Die sehen uns nicht Und tschüss Nice Das war wichtig Schaffst du das? Der sieht mich gar nicht Oh Gott Equip Gönn dir Ich glaube, du brauchst auf jeden Fall alles davon Naja Warte Ich habe eine Hose für dich Okay, nice Ähm Hast du noch Schuhe oder sowas? Nee, habe ich nicht Oh Gott, da kommt schon die nächsten Oh, die werden von hinten gleich geklatscht Guck's dir an 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 Oh Gott Komm Gib mir Komm Warte Ich mache kurz ein Tierschwert Ja, dann gib mir auch die Blöcke, dass ich weiter bauen kann Brauchst du auch ein Tierschwert? Ja, gib mir die Blöcke trotzdem Ähm, ja Warte, ich wirfst dir Okay Was wirfst du? Tierschwert Kannst du gleich machen Warte Habe ich dir schon mal gesagt, dass du kacke aussiehst ohne Schuhe? Ah, was? Oh Gott, der ist wieder mit Enderperle zurück, oder was? Ja, sieht so aus Ja, hier unten ist keiner mehr Läuft bei dem Oh, die Feiten da vorne Nice, komm, ab geht's Also, sag Bescheid, falls wer was wirft Ja, bis jetzt wirft keiner Ich hoffe, der hat echt nichts Ach, der zeigt sich nach oben Alles über dir Er sprengt, er sprengt, er suizidet Was war das für Mut, Mann? Richtig, der Idiot Von hinten, von hinten Okay Oh Gott Warte, Schnelligkeitsdrank gebe ich uns wieder Jetzt rennt er weg Ja, renn ruhig, Digga Oh Gott, ich stehe gefährlich Oh, der Wettbewerbskin ist gestorben Ich habe ihn ganz genau gezählt Florian07 So, jetzt habe ich auch die Schuhe, Mann Jetzt kannst du nichts mehr sagen Komm, weiter geht's Oh, die da hinten Ja? Da ist der zweite Skin von dir Lass den wieder klatschen Oh was? Das sind die letzten Ich will sie es mit der Angel probieren Nein! Sicher nicht! Ich stehe felsenfest Ich erwarte, Penny Du feitest alleine Oh! Ich bin nicht down, aber die auch Deine ist tot Aber meine ist down Wir sind beide down Oh Gott, was war das? Was war das, Mann? Ich stand hier Hier So richtig bewegt Ja, ich habe es gesehen Oh Gott Spinnenkit hat dir den Arsch gerettet, würde ich sagen Ja! Muss man wirklich sagen Die Runde hat es was gebracht Auf so kleinen Maps Ist das schon ganz gut Vor allem auf den Wegen Und ja, ich würde sagen Das war es mit dem Spider-Kit Oder Spinnen-Kit Man kann es auf jeden Fall kaufen Aber es gibt bessere Leute Ja, auf jeden Fall Aber man muss sagen Es ersetzt das Angel-Kit Weil man kann sich automatisch gleich eine Angel machen Das heißt, das Angel-Kit ist sowieso das uselessste Was es überhaupt gibt Ja, das haben wir damals eigentlich auch schon gesagt Ja Und ja Der Vergiftungstrack ist nice, muss man sagen Der kann auch in den Arsch retten Aber man muss auch sagen Spinnenweben bekommt man eigentlich auch reichlich in den Kisten Also Ja Nicht schlechtes Kit, aber Gibt bessere, muss man sagen Ja, Leute Ihr wisst Bescheid Das war es auf jeden Fall Mit der Sky-Wars-Kit-Folge für heute Wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen Wenn ihr habt, spritzt mal den Like-Button ab Und Penny Hast du noch was? Haut rein! Wir sehen uns morgen beim nächsten Video Bis dahin! Ciao! 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 Gnade